Wie viel Strom verbraucht Ihre Waschmaschine? Was kostet es, den Fernseher auf Standby laufen zu lassen? Und woran erkennen Sie, dass Ihr Kühlschrank plötzlich mehr Energie frisst? Tja, Stromverbrauch ist schwer zu planen. Das finden auch Stefanie und Lukas. Sie würden gern auf energiesparende Geräte setzen und Maßnahmen treffen, die die Umwelt schonen. Aber da der Strom nur einmal im Jahr ausgelesen wird, wissen Sie nicht so recht, was wirklich hilft. Zum Glück wohnen die beiden in Salzburg, denn die Salzburg Netz GmbH installiert im ganzen Bundesland neue, digitale Smart Meter. Und die machen Stromzählen zum Kinderspiel. In den nächsten Jahren werden in allen Salzburger Haushalten die alten, mechanischen Ferraris-Zähler, die eine 100 Jahre alte Technologie benutzen, durch digitale Smart Meter ersetzt. Smart Meter fragen den Zählerstand alle 15 Minuten ab und geben damit Stefanie und Lukas die Chance, ihren Stromverbrauch zu verstehen und zu optimieren. Im Kundenportal können Sie täglich den Verbrauch des letzten Tages ablesen und ganz einfach Stromfresser erkennen und Energiekosten sparen. Apropos Sparen. Da der laufende Stromverbrauch einfach an die IT-Systeme der Salzburg Netz GmbH übertragen wird, ersparen Sie sich auch die jährliche Zählerablesung. Die Übertragung der Werte erfolgt über die eigens von der Salzburg Netz GmbH bereitgestellte Infrastruktur und ist so gut verschlüsselt und sicher wie Ihr E-Banking. Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Kontrolle. Mit den neuen Stromzählern wird ganz Salzburg smart. Mehr Informationen? Die finden Sie auf www.salzburgnetz.at www.salzburgnetz.at www.salzburgnetz.at